So, volle Buongiorno, Buona Sella und Mahlzeit. Fußball-Heime-M 2024, Tag 4. Ich möchte so viel verraten, falls ihr für dieses Jahr noch einen Kurztrip plant. Willkommen, Itzstein. Es ist so unfassbar schön hier. Ich würde sagen, wenn es anders wäre, aber Itzstein, wir haben schon die Philosophen gesagt, es ist immer, immer eine Reise wert. Da war es abgesehen, gestern spielte, ich habe es extra nochmal aufgeschrieben, Polen, Holland 1-2, Slowenien, Dänemark 1-1 und Serbien gegen England 0-1. Und ich sage euch, ähnliches Gefühl hatte ich 2014 bei der Weltmeisterschaft der Deutschen beim Titelgewinn. England macht es dieses Jahr, ist England soweit. Bellingham, Spieler des Turniers, England wird Europameister. Natürlich drücke ich Deutschland die Daumen, Frankreich, Italien, alles gut, aber schreibt es mal in die Kommentare, was sagt ihr, wer wird Europameister? Na, Wendt. Wer wird Europameister? Ich sage, England, Wales und Bellingham, Spieler des Turniers. Liken, teilen, abonnieren, schreibt es in die Kommentare. Also nicht in die Kommentare schreiben, liken, teilen, abonnieren. Ihr wisst, was ich meine. Stresst mich nicht, so ist Montag. Tschüss. Tschüss. Tschüss.